Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen in einem weiteren Bad von Alex. Jawohl! Ich wollte nur mal schauen, das hat so verdächtig ausgeschaut, ob hier vielleicht ein Erzelein werde zum Abbauen, aber ich glaube da ist nix. Weniger als nix. Halt! Ein Speer! Aha! Okay. Wir haben einen Ring gefunden, da wir es immer in Zukunft vor Gift geschützt Ah, schau was ich gefunden habe, eine Eisenader. Ich habe es gespürt, dass da was sein muss. Bauen wir das einmal schnell ab. Jawohl, super! Und ein kleiner Heiltrank, das ist noch besser. Sehr schön! Das freut mich. Ring, Gift, Resistenz. Also wir halten ein bisschen mehr aus. Was ja überhaupt nicht verkehrt ist, ist ein Speer, haben wir gekriegt. Was ist jetzt eigentlich Speer? Ist das jetzt eigentlich eine ganz normale Waffe? Oder ist das einfach nur Munition? Eher Munition wahrscheinlich, gell? Munition, Splitter, Granaten, Speer. Da haben wir es schon, jaja. Ah, für Harpunen. Ja, ist eh logisch, ne? War ja so klar hier. Alles klar. Blup! Was war das jetzt? Ich glaube der Schluck auf der Ray. So, ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Genau, wir wollten ja weiterschauen. Quest bedingt. Da unten ist so etwas saufig. Wir müssen schauen, dass wir das irgendwie umgehen. Nach Möglichkeit. Ma, schau, die Sonne. Boah, das schaut wieder schön aus. Boah. Boah. Nein, wie schön. Aber dieser Kampfropper da unten, der macht mich leicht nervös. Das muss ich schon einmal anmerken. Aber dann kann man sich irgendwie ausweichen. Das gibt es ja nicht anders, oder? Mal besiegen, glaube ich nicht, dass wir den können. Ich meine, wir können es probieren. Das wäre kein Thema. Wir könnten es echt probieren. Aber ich glaube, der schießt mich weg, bevor ich bis drei zahlen kann. Ist ja wurscht. Ich tue jetzt einfach einmal trinken. Auf euer Wohl. Ist zwar ein bisschen verschwendet, ich weiß, aber in der Notfrist der Checks fliegen. Oder heiltränke. Wobei fliegen gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? So ein Gelsen-Ort wahrscheinlich eher, aber oder Wespen. Aureka! Alter Fetzen, Alter Fetzen, Alter Fetzen, Alter Fetzen. Nein! Nein, du hast gar keine Chance. Ich glaube, dass wir da irgendwas reißen, oder? Geht schon so schön hin. Ja, ja. Na, gar keine Meter. Alter, wann kann man zwei Viech erst einmal besiegen? Ich habe gedacht, hauen wir einfach drauf, ne? Geht schon? Nix da. Nix mit Geht schon. Ja, gut. Dann lassen wir das sein. Nicht einmal Ray macht da irgendwie Damage, ne? Gut, das müssen wir ausweichen, das sauf ich. Das werden wir schon hinkriegen. Das weichen wir einfach aus und dann werden wir schon zu unserem Questziel hinkommen. Jawohl! Wenn wir noch richtig Glück haben, finden wir vielleicht unterwegs sogar einen Teleporter an. Das tut mir auch sehr gefreut. Da haben wir eine Blümele. So. Saufig. Echt. Ah, da vorne haben wir so ein Kleriker-Dingens. Das können wir mal uns anschauen. Vielleicht können wir wieder auch weh. Warum stehen da so viele Leute? Das ist aber gar nicht gesund. Die hauen sich wieder aufs Goschen. Seid ihr Banditen? Little more? Ja, das sind Banditen. Jetzt mach keine Zicken. Her mit dem... Äh, wir spenden. Na, wir beten. Aber ich hab euch doch schon alles gegeben, was ich habe. Moment. Erzähl keinen Scheiß. Ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Her damit, oder ich schneide sie aus deiner Hose. Aha, da geht's gleich um. Okay, da geht's um. Wir hauen den Banditen weg. Wie bei mir in den Kleriker zu helfen. Irgendwie haben wir gar kein Damage. Hol das! Jawohl, jetzt geht aber was. Wow. Aber mich reingert auf die Kansche aufs Goschert. muss ich mal was saufen. Trink was. Alter. Ist Ray überhaupt da? Ich hätte so ein Steam hier im Zoom. Ray! Ah, ich glaube, das ist ein Genie. Okay, das ist keine gute Idee. Wieso ist das zusammen? Wieder so schwach? Das ist echt fies. Vielleicht ist das wieder so eine größere Quest, wenn wir, ich sage jetzt mal, Kleriker wären oder so. Nee! Nee! Ich gehe wieder weg. Ich bin für alles zu schwach. Für alles. Schwächling. Ein Burra-Schwächling. Ah, na, das ist auch nicht gesund. Ich wollte gerade den Ding holen, das Schwefelchen, aber das ist nicht so gut. Wegen Lava und so, wir sind nichts feuerfest. Halt! Achso! Jetzt wird der schnarcht wer. Ach, ich glaube, der schnarcht wer, dann wird das das nicht. Ja, warum nicht? Ray, du darfst. Oh, das ist Mopoli. Au, weia. Ja. 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 So, schaut's aus. Okay. La, 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 tada. So, wie's ausschaut, haben wir das eine Viechlein gut umgangen. Aber, es wär mir trotzdem lieb, bald mal wieder einen Teleporter zu finden. Klingling. Das schaut auch ein bisschen unstabil aus. Zack, oh, oh. Oh. Was ist denn das für Viech, Schwierer? Ausschauen tut's ja cool. Aber ich glaube mir, dass das für uns Schwierer ich glaube, das ist für uns Schwierer die Nummer zu groß. Können wir Schwierer gehen. Ich trau mich nicht mehr. Echt. Ich trau mich nicht mehr. Feigling. Aber wenn ich jetzt weiterhin so blöd herum schaue und tue, dann kann man ihm nicht weiter. Gar nichts mehr weiter. Ich glaube, da oben geht es zur Kampfmaschine hin. Wir holen uns nur das Kraut. So. Da haben wir noch ein Blähmeldl. So. Ich glaube, ich hoffe, wir sind da richtig. Ah, da haben wir wieder so ein Viech. Das können wir besiegen. Das wissen wir ja schon. So. Schön speichern. Für jeden Fall, dass es zwei Viecher sind, dann haben wir wieder ein Problem. Also, wie es ausschaut, ist es eh nur eins. Ja. Da schnurrt er uns an. So. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Ray, du bist dran. Okay. So, Stückhelle warten. Jawohl. Einmal ein Schildblock, der sie nix gebrockt hat. Und nochmal vielleicht. Jawohl. Der ist schon eher. Ja, auf die Goosch. Und, Gümmer. Au. Ja. Der hat schlechte Laune. Aha, da geht es zur Kampfmaschine hin, glaube ich. Ich will aufpassen. Ich versuche, das Viech zu drehen. Das ist, wer da aufher rennt. Ja, genau. So wurde er eigentlich. Au, 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 au. Zack. Jawohl. Schön gemacht. Passt. Ja, mit deinem Klumpat. Oh, da ist noch eins. Ich wusste, das sind zwei. Ich habe es euch gesagt, das sind zwei. So, schnell übertrinken. Und speichern. Das ist ein Wunder, dass wir den nicht pullt haben. Echt. Der geht jetzt immer noch aus in den Part. Also hier. Da schaue ich hin. Ich habe gedacht, das ist schon 19. Also, dass wir schon 19 Minuten haben. Dabei sind sie erst neun. Pff. Da mein Ding. Aua. Au, au, au. Ja, der Start war nicht gut. Der war auch nicht gesund für mich. Ich muss irgendwo da oben. Kann man da stehen? Ja. Na ja. Okay. Nicht wirklich. Hui. Ah, hui. La, 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 la. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du, Mistfisch, kriegst mich nicht. Tja. Auf, die Fresse. Zack. Ausweichen. So, und? Geht's schon? Nichts geht. So, Energie ist voll. So wie es sein soll. Hallo? Wollen Sie hin? Du Viech. Zack. Zack. Da ist der Busch schon im Weg. Der Busch ist im Weg. Das sehe ich mir nicht, wie man hier kämpft. Busch. Jawohl. Jetzt bist du gestolpert. Okay. Du Ormsviech. Du Ormsviech. Ob und zu läuft's halt blöde. Da. Bissl mehr Energie noch. Jetzt geht's weiter. Und ein ins Kreis. Geht's schon. Okay. Shit, den gehaut noch nicht hin. Na, komm. Hat er jetzt Ray umklaut? Na. Oder nicht? Jawohl. Hin ist er. Super. Wir können Stafeln zum Hauen. Geht ja. Super. Super. Da drüben haben wir eine Blume. Die nehmen wir auch mit. Schöne Blume. Das ist, glaube ich, keine. Nein. Gut, dann können wir das wieder speichern. Das waren jetzt 180 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Ich weiß. Immer noch zu wenig. Aber wir werden schon langsam zum nächsten Level ab hinkommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das wie Baumwolle ist aber keins. Sind wir da noch richtig? Ich glaube fast nicht. Nein. Wir sind da ganz und gar nicht richtig. Aber da vorne ist was für uns. Schau mal. Schwefelader. Das nehmen wir mit. Wenn wir schon mal da sind. Und eine Nordranke. Und ein Ray. Den nehmen wir auch mit. Gut. Dann müssen wir scheinbar irgendwo da den Berg rauf. Aha, da ist auch wer gestorben. Ja, die Verbandsding. Die hat ihm nicht verholfen. So zernudelt, wie das ausschaut da. Ich glaube, wir müssen da aufhören. Wollen wir da oben nicht wieder abbrennen? Ich muss mal auf die Karte schauen, wo wir da eigentlich sind. Ich glaube, wir sind da komplett falsch. Zumindest fühlt sich das so an. Also. Nein, eigentlich gar nicht. Aha, wir hätten da den Weg weiter müssen. Okay, dann gehen wir den Weg weiter. Ist vielleicht gesünder für uns. Für mich sowieso. Wir sind scheinbar doch bei dem grauslichen Viech vorbei. Ich hoffe, dass wir es besiegen können. Wahrscheinlich wird es uns wieder verlausen. Die Wahrscheinlichkeit besteht leider. Ich schaue gleich mal dann wieder auf die Karte, weil ich mit Komfur, wir müssen da rüber. So. Und. Ja, ich glaube wirklich. Tap, 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 tap. So. Da können wir wieder speichern. Ja, passt schon da. Sicher. So. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich auf einen falschen Spielstand drauf gespeichert habe. Aber ich glaube, das müsste noch stimmen. Hallo, Viech. Goat, das Swirn. Eine Krimere. Schimere. Goat, das Swirn. Ja, das ist, glaube ich, ein Zamora. Da haben wir, glaube ich, einen Kilometer, hä? Ey, schaut ein bisschen grob aus. Schnell, mit dem Schildblock, wenn es geht. Ja, das hat er mal gesessen, aber ich habe noch gar keine Chance. Ha, ha, ha. Ne, zernudelt uns. Ja, mal, Ray ist schon mal im Arsch. Ich glaube, ich springe einfach mal auf den Pau. Nein, tue ich nicht. Jesus, Mutter, was ist denn mit dir, Viech? Alter. Was ist mit du, Viech? Spinnst du? Alter, wie komme ich da weg? Ich muss da irgendwie auf den Berg auf. Ui. Okay, ich mische den einmal. Eine kurze Pause. Ich probiere es einfach so. Irgendwie wird es schon hinhauen. Jawohl. Ray übt seine Tanzschritte. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Ach. Jawohl. Das schaut schon nicht so schlecht aus. Hoffentlich brennen wir da oben nicht wieder ab. Das wäre mir gar nicht recht. Aber das Gute ist, dass Rom schon mal grün ist. Das heißt, streng gesehen brennen wir hier nicht ab. Aha, da pfeift der Wind. Mächtiges Heilkraut. Wow. Vielleicht können wir dann einen mächtigen Heiltrank daraus zaubern. So. Aber ich glaube, der Weg schaut schon nicht so verkehrt aus. Ich habe nur keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Aber wird schon. Okay. Das ist schon mal nicht so schlecht. Als Spielfortschritt. Ja. Das Unkraut nehmen wir mit. La 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 la. Äh. Santes Raptoren. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich glaube, das tut schon wieder weh da vorne. Das war ungut. Skeks. Ja, so nicht, Freundchen. Ich renne mal ein Stück weg. In der Hoffnung, dass noch einer kommt. Ah, der ist nämlich heftig genug. Ich glaube, es ist uns gelingt. Great, du darfst da. Nein, es ist uns nicht gelingt. Es ist uns gar nicht gelingt. Auweia. Ich renne mal ein Stück. Weil trinken muss ich auch. Ich glaube, jetzt ist es noch einer. Wir müssen mal schauen, dass wir schnell zusammenschlagen. Dann können wir uns den zweiten mal vornehmen. Au. Saufig. Komm. Schiffloch. Oder auch nicht. Ich will hier jetzt, dass wir es gauern. Aber ich glaube, wir müssen was essen. Wird es hinkaufen? Ich glaube. Au. 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 Halt. So, geht's schon wieder. So. Ja, war. Schuhe war mit hin. Zack. Ja, war. Und wieder. Zack. Bill wegschufen. Und ein bisschen. Ray, du kannst das. Gehen wir ab. Und zack. Geh, sieh hin. Jawohl. 120. Wow. Ja, sehr gut. Gib her den drüber. Krallen und Federn. Wo der Federn hat, möchte er gern wissen. Na ja. Schau ich auf den Kopf. So wie so ein älterer Herr, der noch drei Haare hat. Am Kopf hat der drei Federn. So. Dann der Nächsten. So, wir futtern noch schnell was. Wir werden laufen. Speichern tun wir auch. Da habt ihr recht. Das ist eine gute Idee. Geht ja. So schön langsam sind wir ja stark. Mein lieber Scholi. So, wo ist der zweite Hampelmann? Der ist schon wieder nach Hause gegangen. Da oben. Ja, da ist er. Dann würde ich sagen, pullen wir den Kerl wieder her. Wenn es geht. Ach so, Munition wechseln. Ich dachte schon, hey, warum geht nichts mehr da? Gemeinsam packen wir das. Ja. Das ist einmal eine Anzeige. Au. Ja, warte, du musst mich schon hören, Kerl. Lass mich doch verjausern von dem Vieh. Hast du das selber schon mal gesehen? Das ist ein Kumpel. Und? Bombs. Hat nichts gebracht, mal ausgewichen wiss. Das ist ein Mistkerl-Filter. Au. Du, 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 du. So, gehen wir auf die Gauche. Und, wenn's geht, bumms, schau schon wieder ausgewichen. Der weiß genau, weil ich das machen wollte. Er hat sich von seinem Freund angeschaut, wahrscheinlich. Ja, du Kerl. Komm, zack, zack. Ich habe ihn mal nicht erwischt. Au, au, jetzt erwischt er mich. Das ist ungut. Ich muss was trinken. Sicherheitsvoller. Au. Ja, das hat dich super gebracht, was zu trinken. Ich geh mal da rauf hier und trink was. Trink was Gescheites. Schau, hin ist er. Also Ray, das hast du sauber gemacht. Da kann man nix sagen. Echt. Das hat er schön gemacht. Ich bin schon mal hier. So, ich speier kurz. Jetzt wollte er was sagen. Ah ja, und der Part ist auch zu Ende. Ach, super. Ich bin hier gewesen. Aber ich konnte gar nicht so schnell rennen, wie sie ihre Laserknachen gezogen hatten. Echt jetzt? Der Part wird ein bisschen später kommen. Also dann. Tschüssi.